Lang. Rotation. Es ist wirklich unglaublich, wie schön das sich anfühlt. Und guck mal, wo ich den Boden getroffen habe. Da, ganz spät. Das Entwinkeln der Hände ist sehr wichtig. Dadurch bekommen wir sehr viel Schwunggeschwindigkeit, treffen Ball, dann Boden. Und wenn man es richtig macht, kann man auch ohne viel Kraft den Ball so weit schlagen. Aber, wie du weißt, das ist nicht gut. Wenn der Schläger die Hände überholt, oder anders gesagt, das schlimme Wort, wenn ich löffele, dann kann ich den Boden zuerst treffen, ich kann nach links schlagen, ich kann den Ball slicen, ich kann soketieren, ich könnte weitergehen. Aber das muss vermieden werden. Heute zeige ich dir, wie es geht. Hallo, ich bin Wohne und willkommen beim Wohne Ho Chi Golf. Ich werde jetzt dir drei wichtige Gründe erklären, wieso der Schlägerkopf die Hände überholt. Alle drei Gründe sind gleich wichtig. Und dann werde ich dir eine Übung geben, die dir wirklich das Gefühl geben wird, für das richtige Timing, für den richtigen Release und für das Nicht-Lüffeln. Okay, als erstes ist es die Vorstellung, den Ball in die Luft zu bekommen. Ohne das bewusst zu tun, oder vielleicht es auch bewusst zu tun, versuchen viele Gaufer, den Ball hoch zu helfen. Und das tun sie, indem sie die rechte Hand viel verwenden, wenn sie rechte Hände sind, und richtig von hier den Ball hoch lüffeln. Die Vorstellung ist, dass man den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen sollte, dass ich nur dadurch den Ball hoch bekommen kann. Das ist eine sehr natürliche Vorstellung, aber natürlich sehr, sehr falsch. Was wichtig ist, ist, dass man den Lauf des Schlägers verwendet und dass man nach unten schwingt. Dann der Ballflug ist eine ganz wichtige Ursache für Lüffeln. Wenn meine Bälle nach rechts fliegen, werde ich, ohne daran zu denken, früh entwinkeln, damit ich den Ball irgendwie gerade bekommen kann. Leider ist das gar keine gute Lösung. Der Slice wird dann nur schlimmer, weil man meistens dann mehr von außen kommt. So, eine offene Schlagfläche durch einen zu schwachen Griff oder durch falsche Winkel beim Ausholen ist Gift für den Schwung. Man ist gezwungen dann zu löffeln. Dann die dritte wichtige Ursache, die Körperrotation fehlt. Oder anders gesagt, das Timing stimmt nicht. Die Reihenfolge der verschiedenen Bewegungen im Schwung passen nicht. Du kannst gerne das testen. Einfach versuch mal einen Ball zu schlagen, ohne den Unterkörper zu bewegen. Und du möchtest den Ball weit schlagen. Und das geht, aber ich müsste richtig meine Hände einsetzen und sehr, sehr früh. Und dann könntest du versuchen, bewusst mit dem Oberkörper anzufangen, den Unterkörper stehen zu lassen. Da wirst du auch ganz sicher zu früh die Hände lösen. So, jetzt die Übung, die dir helfen wird, das Löffeln zu vermeiden und den Schwung besser zu timen. Es wird dir gefallen, es macht Spaß. Und wenn du es so gut findest bei diesen halben Schwüngen, die wir gleich machen werden, mach das bitte auch beim vornen Schwung. Das kann nur helfen. So, wir fangen mit ein paar Probeschwinger an. Füße ganz eng zusammen. Das hat mit der Rotation zu tun. Den Schläger extrem locker halten. Bitte, das musst du mir versprechen, dass du es tust. Und dass du während des gesamten Schwunges die Hände entspannt lässt. Dann hol aus, ohne die Arme zu beugen. Wenn du die Arme locker lang lässt, wirst du automatisch die Hände auch ruhig lassen. Du wirst da sehr, sehr wenig winkeln. Und das möchte ich bei dieser Übung, dass du bitte tust. Nicht gleich knicken. Dann, wie immer, möchtest du mit einer Verlagerung und Rotation anfangen. Aber wirklich von unten nach oben. Und wenn du den Schläger jetzt locker genug lässt und die Arme lang lässt, wird folgendes passieren. Hast du das gesehen? Als ich angefangen habe, meine Drehung zu machen, war der Schläger immer noch ein bisschen auf dem Weg nach oben. Und dann ist folgendes passiert. Der Winkel zwischen Arm und Schaft wurde kleiner und der Schlägerkopf ging nach hinten. So, nächster Schritt. Da der Winkel jetzt kleiner wird, während ich nach unten schwinge, darf ich jetzt das tun. Wenn ich so den Abschwung starte, kann ich die Hände so frei lassen, so viel und so früh, wie ich möchte. Dann stimmt das Timing. Und dann habe ich plötzlich Geschwindigkeit da, in dem wichtigen Bereich. Okay, jetzt schlage ich ein paar Bälle. Ganz entspannt. Füße eng zusammen. Lang. Rotation. Es ist wirklich unglaublich, wie schön das sich anfühlt. Und guck mal, wo ich den Boden getroffen habe. Da. Ganz spät. Ja. Und ich habe nicht versucht, irgendwie den Schläger so zu halten. Ich habe eigentlich daran gedacht. Aber trotzdem, im Treffmoment war ich nicht so. Und jetzt versuche ich, den Ball ein bisschen weiter zu kommen, zu schlagen mit der gleichen Übung. Und die sind gerade. Ich mache es nur einmal. Dann kannst du von der Perspektive schauen. Wie Sahne war das. Falls du merkst, wenn du dich aufnimmst, dass du im Treffmoment da bist, mach unbedingt diese Übung ein paar Mal. Dann film dich wieder und schau, wie du da aussiehst. Ich denke, dass du mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein wirst. Ich wünsche dir wirklich eine schöne Woche. Ich hoffe, dass du bald wieder auf den Platz kannst, was dieses Video dir gefallen hat. Ich freue mich sehr auf das Teilen und Daumen hoch. Tschüss.